Ausradieren. Ausradieren heißt wieder wegnehmen, zum Nullpunkt führen. Manchmal will man manches von dem, was man gesagt hat, wieder ausradieren. Und manchmal kann man auch sich vorstellen, dass man auf seinem Geist alle Gedanken ausradiert und dass es ganz ruhig ist und klar wie ein weißes Stück Papier. Du kannst das ausprobieren. Das ist wie eine Meditationsform. Schließe die Augen und dann beobachte, was du siehst. Und wenn du konkrete Bilder siehst, radiere sie aus. Du kannst dir sogar einen großen Radierer vorstellen. Und wenn Worte kommen, stelle dir vor, sie sind geschrieben. Radiere sie aus und komme so zur Ruhe des Geistes.